Hallo und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry mit mir, dem Thomas. Wir sind hier im Lademenü und wir schnetzeln ein paar Gegner. Ja, wir sind, glaube ich, ziemlich am Ende des Spiels, denke ich jetzt mal. Können wir uns was leisten? I don't know. Ja, Stern. Nice one. So. Das heißt, wir gehen jetzt Mundus besuchen, soll ich mal sagen. So. Ja, komm Dante, schön nach oben. Ja. 80. 81? 87. Los geht's. Oder noch nicht. Keine Ahnung. Hier trennt ihr euch. Dante, begibt dich zum Ostflügel. Warte, du gehst zum Ostflügel, wo sich der Hauptserverraum befindet. Viel Glück. Dir auch. Danke, Bruder. Dante, du musst eine Überführung... Alter, das ist irgendwie hammergeile Sonnenstrichen. Die Überführung befindet sich entlang dieses Weges. Warte, du kannst erst den Server im Westflügel übernehmen. Er wird den Weg für dich öffnen. Okay, okay, er wird, dass wir mich öffnen. Und wir gehen hier einfach mal... Echt. So geht das aber nicht, ja. Oh, ich bin ins Team noch angemeldet. Das geht aber nicht, das geht aber nicht. So. Toll. Habe ich mich denn so weggerollt? Ah, warte, war wahrscheinlich der Move hier. So, Ruhe. Was ist das denn? Was ist das denn für Blubberblasen? Du kannst nix. Du kannst nix. Nix, könnt ihr. Ich will die noch mehr aufladen, Junge. So. Also, wie das aussieht. So. Ende im Gelände hier. Nach links. What the... Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Weg zum Ostflügel sind streng und du wirst aufgehalten werden. Also, versuch nicht gleich durchzukommen. Okidoki. Ja, komm, Brüderchen. Mach's aus, bitte. Nice, Hohn. Sobald der Weg frei ist, solltest du dich in den Ostflügel begeben. Pass auf. In diesen Etagen bist du nicht allein. Du musst nicht einfach durchkommen. Wenn du dabei bleibst, kannst du gleich... Sie holt 80 der Etage. Dies ist der Finanzflügel. Die Leute, die hier arbeiten, sind kaum noch menschlich. Sie wurden so sehr verdorrt, dass man sie nicht mehr erkennen kann. What the... Eines Tages wird die ganze Menschheit wie dieser Arme, die sind vom Modus versklavt sein. Also, das ist die Wirtschaftshölle. Das finde ich aber nicht schwer hier. Oh mein Gott, komm her, da oben. Die Kleinen hier sind nervig. So. Immer erst die Kleinen wegmachen. Hab ich gehört. Oh mein Gott. Auwaww, Dynamoam. Monoskill using OP. Auwaww, Dynamoam. Musstest du's auf die nächste Etage schaffen. Ich bin greedy. Auf jeden. Ähm... Da. Was macht die da? Was machst du da? Ja. Hah. Heh. Heh respects. Ich wollte gucken, was hier drin ist. Oh mein Gott. Was darf ich hier denn? Alter, lass mich einfach hier raus. Aua, Aua Alter Gib mir nicht auf das Ja Was willst du eigentlich schon? Ja, bist du greedy oder was? Ich bin auch greedy, ja So Ich bin auch nicht fast tot, nein Pass Muss ich jetzt wirklich hier durch oder was? Ja Und jetzt? Was kann ich hier rein? Muss auch einen Grund geben Ich bin irgendwie ein bisschen überfordert gerade Oder überfragt Ach oh Oh mein Gott So 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 Was ist das? Wo muss ich hin? Hier runter Oh Nein So Wo muss ich hin, Alter? Ich bin jetzt ohne jetzt Maximum Ver Wirklich Was hat sie gesagt? 105. Etage Übergang Ja Etage 105 Etage 115 Herzlich willkommen Was du auch tust Steig nicht bei der 105. Etage aus Oh Dort warten zu viele Oh Scheiße Ah, rein kann ich nicht mehr Okay Jetzt gibt es kein Zurück Ja Alles klar Alles klar Das ist Oh 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 Und Oh 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 Ah, das war. Ah, 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 ah. Auah, 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 auah. Boah, Hex, geht mir nicht auf Kicks, ey. Aua. Alter, Vater. Scheiß Hexe. Weißt du, der Rest, der Rest kann einfach nichts und da muss da so ne scheiß Hexe kommen. Boah. Ende im Gelände, ja. Boah, Junge. Was kommt noch mehr da drüben, sagst du? Oh mein Gott. Hui. Kannst vergessen, dass es die auch noch gibt. Boah, so ein Witz. Was? Die Spacken hier überall rum. Was machen die da? WTF? WTF? Oh mein Gott. Für Fortgeschrittene, der Rundherumangriff von Aquila kann verwendet werden. Gingern zu betolben werden. Du. Achso. Okay. Cool. Ja. Ich lese. Ja, brauche ich mal. Kindlich! Oh wow. Ja! Oh wow. Boah er ist wütend, er ist wütend. So, okay, Aufzug bist du ready, wo bist du denn mein kleiner Aufzug, ist der wieder hinten? Könnte noch sein, wenn die mich nicht total natzen, aber tun sie doch, okay, wo ist der andere Aufzug in dem Fall, ach da steht doch ab, oder, ne da steht sonst irgendwas, was ist denn hier drin, mach auf, okay, mach die Tür auf, Wo muss ich schon wieder hin, nö, kann ich hier irgendwo hochjumpen, oder bin ich gerade plimplim, ich glaube ich bin plimplim, ich weiß es nicht, wo müssen wir hin, wo müssen wir hin, Ja, da können wir nicht rein, Was ist das denn? Mach mal geil, voll nur Schlüssel Also hier hinten ist auch nix, sagst du? Ja komm, geh schneller, mach schneller hinne, mach hinne, dankeschön Okay, dann eben nicht da lang Ja, äh... Dann noch Trauer, ja na, ist lustig Jetzt renne ich rein, wenn ich es wusste So Boah, jetzt ohne Witz, wo müssen wir hin Oh Kann ich auch nirgends hochziehen, ne? Ne Oh mein Gott Ja Hier rein Oh mein Gott Das war's close Oh mein Gott Da wollte der mich natzen Oh 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 Ah Oh 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 Ich habe noch nicht von ihm. So, hat er, hat er. Okay, ich habe ihn mit dem Klai. So, hat er, hat er. So nicht anders Okay Nicht schon wieder Ja, Virtual, du machst das Bingo Nicht Bingo Verdammt Oh mein Gott Achso, oh mein Gott So, nice one Nein Hahaha I'm 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 So So Ich würde mal sagen, das war's mal für diese Folge Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Tschüss Leute Bis zum Bis zum Das war's für heute.